Musik Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu unserer Sendung. Es geht ums Bilger, um Bilgerweg, um Bilgerreisen. Die sind ja im Moment recht gefragt. Die Frage ist allerdings, ob sie bereit wären, gleich 6'000 km zurückzulegen. Das haben meine beiden Gäste gemacht. Sehepaar Obrist, den ich jetzt hier begrüsse, auf dem Gotthard Pass, am höchsten Punkt ihrer Reise. Unsere Sendung, die Bilgerreise nach Jerusalem. Wer weiss, wohin diese Reise geht? Am 16. August 2010 sind Annemarie und Hans-Peter Obrist am Dreiländereck bei Basel, Deutschland, Frankreich verabschiedet worden. Die Bilgerreise ist über Italien, Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Albanien, Mazedonien, Türkei, Griechenland und Zypern nach Israel gegangen. 13 Länder an ca. 6'000 km und fast jeden Abend eine neue Übernachtungsstation. Am 8. Juli 2011, fast ein Jahr später, sind Annemarie und Hans-Peter Obrist durch die Altstadt in Jerusalem bis hoch zum Ölberg gelaufen. Hier kommen wir zu unseren Pilgerern, Hans-Peter und Annemarie Obrist. Herzlich willkommen bei uns. Danke. Wir sind auf dem Gotthard Pass 2010, im August, sind ihr auch da gewesen. Was war das für ein Tag dort? Das war der 31. August. Wir sind in der Göschenau losgelaufen und sind dann abends hier angekommen. Ziemlich müde, kann ich mir vorstellen, oder? Schon auch. Es war aber auch kalt, weil es vorher Schnee hatte. Es hat erst gerade abgetaut, also ähnliche Temperaturen wie gerade jetzt. Sind Sie völlig allein oder haben Sie sonst jemanden getroffen? Wir haben etwas gesucht zum Schlafen. Es gab ein paar Häuser, wir wussten nicht recht, wo wir gehen sollen. Dann haben wir zwei Männer gesehen und dann haben wir einen gefragt, wo wir hier schlafen können. Dann hat er uns gezeigt, wo wir rein müssen. Kurz darauf kam er auch an der Rezeption. Wir hören, wie er sagt, er sei der Herr Jerusalem. Wir haben grosse Augen gemacht, weil das ist der höchste Punkt auf unserer Reise und er hat den Namen vom Zielort und ist ein Schweizer. Ihr habt ihm gesagt, dass ihr den Herrn gönnt. So wie er ihn hat. Das ist irgendwie auch noch speziell. Er hat auch gewisse Symbolik für euch gehabt. Jetzt, wie kommt man auf die, ich sage jetzt nicht hier im Verbrennen, ich habe es jetzt gesagt, Idee, 6'000 km zu zweit loszulaufen? Interessant war, wir waren in einer Autofahrt und haben darüber nachgedacht, was es als nächstes bei uns sein könnte. Und dann kommt auf einmal die Idee, wir könnten jetzt zu Fuss von Basel nach Jerusalem laufen. Wir haben nicht gehört, ob das schon andere gemacht haben. Und wir haben dann überlegt, ist das einfach unsere Idee? Wir wissen dann nicht mehr, wer es zuerst davon geredet hat oder möchte uns Gott da auf die Reise schicken. Und wir haben dann miteinander abgemacht, dass wir uns eine Zeit nehmen, um darüber zu beten. Und nach einem Monat ist uns die innere Gewissheit gewachsen, dass Gott uns auf die Reise schickt. Und darum haben wir uns auf den Weg gemacht. Also, die Sicherheit hatten ihr beide. Das ist wahrscheinlich auch eine Voraussetzung, dass man überhaupt dann so etwas ins Auge fasst. Wie viel ist plant worden, detailliert, von dann, daher, an diesem Tag und dort übernachten und so weiter? Wir hatten gar nicht viel Zeit, zum Planen. Wir hatten nur mit ganz wenigen Ausnahmen ein festes Ziel, und sonst haben wir jeden Abend wieder neu geschaut, wo wir schlafen könnten. Es ist ja auch eine Frage vom Rhythmus. Wie viel mag man an einem Tag vielleicht auch? Hattet ihr das abgesprochen miteinander, nehme ich an? Und ist man sich da immer einig gewesen? Also, man muss ja auf den Körper schauen, man muss auf das Wetter schauen, man schaut die Strecken dann an. Und wir haben nicht gewusst, können wir das überhaupt laufen oder nicht, oder müssen wir irgendwann abbrechen. Und so ist das eigentlich ein Ausfinden gewesen, auch mit den Kilometern. Am Anfang eher weniger Kilometer, so 15 bis 25. Später hat sich dann das gesteigert auf 30, 40. und dann später geht es bis 50 mal so Ausnahmetagen. Du hast das Wort gebraucht, abbrechen. Wir duzen uns übrigens, weil es so üblich ist unter Wanderern und Pilgerern, obwohl ich nicht direkt einen wende, aber es wird so gemacht. Eben, apropos abbrechen. Ihr habt tatsächlich die Brücke zu Hause abgebrochen, das Haus alles aufgelöst. Ist das von Anfang an die Idee gewesen? Es hat sich einfach so ergeben, bei allem diskutieren, wie es weitergehen soll. Und dann haben wir das ganze Haus geräumt. Und das haben wir unterschätzt gehabt. Wir haben gedacht, ja, wir haben schon ein paar Mal gezögelt gehabt, und das schaffen wir schon. Wir fangen einfach ein bisschen früher an. Dann haben wir ein halbes Jahr früher angefangen. Aber es ist etwas anderes, ob man von einem Ort das andere gezögelt, oder ob man alles einstellen, verschenken, oder jemandem auslehnen. Da muss man so viele Entscheidungen treffen. Und das haben wir unterschätzt. Wir waren völlig hoch von den vielen Entscheidungen. Also es war fast anstrengender als nachher die Reise selber. Ja, wir sind eigentlich ein bisschen auspumpet, haben wir angefangen, anstatt voller Energie. Aber langsam konnten wir dann wieder aufarbeiten. Das war gut. Wichtig war auch, dass man sich körperlich nie überfordert. Immer schauen, wie weit kommt man wirklich. Da macht man gerne einen Fehler, wenn man am Anfang schnell reingeht. Das holt man nachher nicht so schnell wieder raus. Wir reden jetzt gleich weiter, und zwar an einem etwas wärmeren Ort. Wir gehen dorthin, wo wir übernachtet haben. Hier bei Malbergo San Gotardo. Ich weiss allerdings nicht, ob es jetzt gerade offen ist. Normalerweise hat es zu um diese Zeit. Gehst du mir mal voraus? Du kennst sicher aus. Arne-Marie und Hans-Peter Oferisch. Zum Glück haben wir hier noch einen Schlüssel organisiert, rechtzeitig. Dann konnten wir hier rein. Normalerweise wäre das jetzt zu. Im Albergo San Gotardo. Und da habt ihr ja dann einmal übernachtet, auf dem langen Weg, 6000 Kilometer bis schlussendlich in Jerusalem. Apropos so Schlüssel und solche Schlüsselerfahrungen, wie mich jetzt interessieren, hat es einen Ort gegeben, wo ihr auf dem Weg nicht noch einmal übernachten konntet, oder eben vor verschlossenen Türen gestanden sind. Irgendwie mussten wir schauen, wie es weitergeht. In Griechenland war das einmal so. Wir kamen in einen Ort hier und wir haben gewusst, dass andere Leute, die da schon durchgelaufen sind, bei Leuten übernachten konnten. So sind wir hergegangen. Wir haben in einem ersten Restaurant gefragt, ob wir hier in der Abend, wenn er zu macht, einfach da noch schlafen können. Dann hat er gesagt, nein. Dann haben wir den Polizisten auch noch geholfen. Wir haben ihn auch noch gefragt. Dann sind wir noch zu einer Frau gegangen, die anscheinend Öppenzimmer vermietet. Und schlussendlich haben wir herausgefunden, dass es einfach nie möglich ist, außer auf dem Dorfplatz. Und das war mir dann doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Und so haben wir dann das gemacht, wie wir es manchmal gemacht haben. Sie sind in die nächste grössere Stadt gefahren, haben dann dort eine Übernachtung genommen und sind dann aber wieder zurückgefahren und haben es am nächsten Tag wieder gelaufen. Wir haben vorhin gehört, die unterschiedlichen Kilometer, die hier zurückgelegt wurden, jeden Tag. Wie haben Sie das mit dem Gepäck gemacht? Haben Sie euch da ein bisschen abgewechselt? Oder war das klar verteilt, dass er es schwerer nimmt? Wir haben in den ersten zwei Wochen das Gepäck ein bisschen verteilt, unterschiedlich, jeden Tag neu. Einmal hat er Technik genommen, einmal ich. Manchmal war er in der Abend müde, manchmal ich. Wir haben das so lange gemacht, bis zum Abend beide gleich müde gewesen sind. Und das war hier, wo er etwa 20 Kilo hatte und ich 17. Und mit dem sind wir wunderbar dann bis auf Jerusalem gekommen, mit dieser Gewichtsverteilung. Bist du so eine Zeit als Ehepaar? Ist ja auch speziell, stelle ich mir vor. Was war der grösste Stressfaktor? Also sicher ist es einmal eine Herausforderung, wenn man 24 Stunden, sieben Tage immer miteinander ist. Auf der anderen Seite ist es auch eine gute Chance. Man lernt dann auch ein ganzes Neues kennen. Man lernt einander so kennen, wie man ihn vorher vielleicht gar nicht so gekannt hat. Man lernt auch vieles schätzen aneinander. Und ich glaube, das war das, was sie bei uns ausgelöst haben. Wir haben einander gelernt, neu auf eine neue Art zu schätzen, weil wir einander auch besser kennengelernt haben. Was hast du von ihm nicht gewusst vorher? Ähm... Oder du hast an etwas Bestimmtes gedacht, sonst hast du es nicht so formuliert, oder? Nein, wir sind in unseren Charakteren ziemlich unterschiedlich. Wie denn? Also, die Annemarie ist jemand, der ganz schnell mit Personen in Kontakt kommt. Ich bin eher der Zurückhaltendere. Ich bin dafür dann der Einer, der das Technische in der Hand hatte und geschaut hat, dass alles funktioniert. Sie konnte wunderbar unterwegs einfach bei den Olivenernern noch ein bisschen verweilen, noch ein bisschen sein. Und ich habe mir so gesehen, dass wir irgendwie weitergekommen sind, weil es wichtig war, dass wir vor dem Wintereinbruch die albanischen Berge überqueren konnten, Richtung Griechenland, dass wir wieder auf Meereshöche waren. Also Ihnen hat es mehr Feuer gezogen und ich bin eher die, die ein bisschen langsamer bremset hat, dass man auch die Gegenwart nicht verpasst hat. Gibt es Momente, in denen man sich auch ein bisschen auf Nerven gibt? Und was macht man dann? Gibt es sicher, aber wir haben gelernt, dass man dann das relativ schnell angeht, versucht, das zu Boden zu reden. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man nicht einfach darüber hinweg geht, sondern wirklich das Ansprechen tut, in einer guten Art und Weise. Ich glaube, wir haben einfach so schnell, sobald etwas war, das sofort gelöst, und zwar bis auf den Grund. Und dann ist es auch nicht so etwas Grosses, schwerwiegendes, wenn man immer das Kleine an Ort und Stelle gerade löst, dann ist es nicht so etwas Verrücktes, Schwieriges oder etwas, das man nicht mehr lösen könnte. Ich denke, wenn man schneller, die Sachen geht, wenn es aufbrechen, geht, wie der Boden redet, dann ist es viel einfacher. Man muss aber auch lernen, die Eigenart des Anderen zu akzeptieren und zu schätzen. Anstatt sich daran aufzuschreiben, freiheitlich zu lassen, und das haben wir auch gelernt in unserem Leben. Was nehmt ihr mit, für die Zeit jetzt, aus dieser Zeit? Es waren verschiedene Themen, die uns herausgefordert haben. Einerseits das tägliche Vertrauen, Vertrauen ineinander, Vertrauen in Menschen, wo wir begegnet sind, aber das Vertrauen auch in Gott, so unterwegs zu sein. Das Zweite, was uns auch so fasziniert hat, ist unterwegs zu sein und immer wieder so Wunder am Wegrann zu erleben. Man merkt so Liebeszeichen von Gott, die er uns auf den Weg schickt. Es ist faszinierend, wie Gott für uns sorgt. Wo habt ihr das zum Beispiel erlebt? Das haben wir eigentlich jeden Tag erlebt, weil es gab keinen Tag, wo wir irgendwie hilflos nicht mehr gewesen sind. Er hat immer wieder durchgeholfen. Ich fand es besonders spannend, wenn er nicht nur uns geholfen hat, sondern auch anderen und das zusammengeführt hat. Es sieht nach etwas Kleinem aus, aber eine Sache war in Sevio. Wir haben einen Ruetag gemacht. Wo war das? In Sevio. In Italien haben wir einen Ruetag gemacht und er fand, jetzt feiern wir das, weil es uns bis jetzt schon so gut gegangen ist. Er hat eine Flasche Wein gekauft und nach zwei Abends, also nach unserem Ruetag, das waren zwei Abends, haben wir noch zwei Deziliter Vorregel und dann haben wir die abgefüllt in einer PET-Flasche und dann haben wir die halt noch mit. Das haben wir sonst nie gemacht. Das war das einzige Mal auf der ganzen Reise. Und nachher laufen wir und ein Hirt spricht uns an und sagt, mein Kollege hat heute Geburtstag und kennt ihr ein bisschen Wein. Und wir hatten zwei Deziliter Wein, das hatten wir vorher nie, nachher nie. Und es hat uns auch nie jemand anderen nach Wein gefragt. Und so zusammentreffen, das finde ich unglaublich, wenn man das erlebt, wie Gott auch für die anderen schaut. Und einfach so, dass die Begegnung führt. Zur richtigen Zeit begegnet man oder die richtigen Leute. Einmal haben wir den Wecker am Morgen früh gestellt, weil wir wollten möglichst früh in der nächsten Stadt ankommen, um noch am Computer zu arbeiten. Und dann haben uns die Nachbarn noch eine Stunde früher geweckt, schon morgen um halb vier. Das ist halt so, in diesen Gästenhäusern, manchmal gehört man halt relativ viel von eben dran. Und dann war ich am nächsten Tag einfach ein bisschen mühe, am Nachmittag. Es ist das Gewitter aufgezogen und ich sage, komm, wir sitzen doch schnell auf diese Stegen hier. Und ich sage zum Hans wieder, also ich brauche heute ein Cola, ich bin einfach ein bisschen müde. Es ist keine zwei Sekunden gegangen und ein Mann steht für uns mit zwei Dosen Cola, streckt die uns entgegen, wir schauen ihn fassungslos an, können es fast nicht glauben, können gerade noch Danke sagen und er ist wieder verschwunden. Wir konnten es fast nicht glauben, wie Gott auch so ein Detail sieht und sogar da sorgen für uns. Ich glaube, es ist schon bei Ira habe ich dann neu kennengelernt, wie sie überall sieht, wie Gott etwas macht, auch wenn eine Blume am Wegrand steht, das viel mehr zu achten. Wir sind ja auch viele Strassen gelaufen, man könnte sich ständig auf das Negative konzentrieren oder man kann das Schöne ringsherum sehen. Das ist etwas, was man lernen kann fürs Leben. Man kann auf das schauen, was Freude macht, was am Wegrand ist oder man kann sich auf das Negative konzentrieren und das ist eigentlich dann nicht gut für einen selber. Wie häufig sind ihr dann angesprochen worden? Was machen denn die da zwei mit den Rucksäcken unterwegs? Relativ viel. Man bekommt ganz ringes Gespräch auf so einer Reise. Also gerade vielleicht Gegenden, wo nicht gerade so Touristen überhäuft sind? Nein, überall. Eigentlich kommt man mit dem Rucksack schneller ins Gespräch. Wir sind ja schon ganz unterschiedlich unterwegs gewesen, gereist, wir sind auch schon mit dem Velo unterwegs gewesen und zu Fuss erlebt man das Land nochmal komplett anders. Man ist in eine Situation reingerührt, man kann dann nicht fliehen, man kommt viel schneller ins Gespräch mit den Leuten, weil die sich interessieren, was macht ihr da? Viele konnten uns aber nicht glauben, dass wir tatsächlich dorthin laufen wollen. Und manchmal haben wir auch nicht immer ganz gesagt, wo wir, wir haben gesagt, in die nächstgrössere Städte laufen wir, weil je nachdem konnten sie das gar nicht nachvollziehen. Aber es ist interessant, weil sie dann auch manchmal gesagt haben, ja, in die nächstgrössere Städte könnt ihr auch nicht laufen, oder? Das geht gar nicht. Und unsere Erfahrung ist, wenn man einen Schritt nach dem anderen macht, man kommt weit. Aber man muss das einfach konsequent immer ein bisschen tun. Hat es Angst zwischen deiner? Orte, wo ihr jetzt in brenzlige Situationen gekommen seid? Es gab Situationen, die irgendwie komisch waren. Wir waren aber sehr vorsichtig eigentlich. Wir haben auch geschaut, wenn wir so auf der Strasse waren, dass wir immer ein bisschen den Hintergrund des anderen beobachten. Und an einer Tankstelle zum Beispiel sagt auf einmal, dass wir hier weg sind. Und wir haben uns freundlich verabschiedet, sind gegangen. Und nachher habe ich gefragt, was ist denn los gewesen? Sie sagten, hinter meinem Rücken haben sie angefangen, kämpfen, sind es uneins gewesen über uns. Was genau gewesen ist, wissen wir nicht. Aber das sind dann so Gefühle, so Situationen, wo man merkt, ja, man muss einfach vorsichtig sein, wie man das macht. Wir haben dann geschaut, dass wir immer abends vor Sonnenuntergang gewusst haben, wo wir schlafen. Also von dort her muss man auch schon ein bisschen schauen. Auch in der Türkei würde ich als Frau nicht alleine laufen. Ich war immer in seiner Nähe. Ich habe mich einfach wöler gefühlt, weil da sind viele Männer in den Restaurants auch unterwegs. wieder und die einen sind sehr ein schnelles Gespräch gekommen und haben wollen wissen, ob ich jetzt die Frau bin oder die Schwester oder was. Und haben einfach gemerkt, das ist, also mir ist es Wöhler gewesen einfach in seiner Nähe. Wo sind die Leute am offensten, gastfreundlichsten, kann man das sagen? Also wenigstens eure Erfahrung, wo wird man am ehesten gerade eingeladen? Wir haben mal einen unterwegs gefragt, wie das so sei. Also man hat uns immer vor dem nächsten Land gewarnt, das war interessant. Und einer hat mal gesagt, Uchrut gibt es überall. Und es gibt in jedem Land Leute, die sehr offen und herzlich sind und es gibt andere. Ich würde sagen, es ist mehr auch ein bisschen, wie man den Leuten begegnet ist. Man ist selber freundlich, kommt man mit einem Lächeln auf sie zu, dann kommt es auch so ein bisschen zurück und man hat sehr viele offene Beziehungen. Wir haben eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Es gab zum Beispiel Überraschungen, dass Sie sagen, das hätten wir jetzt nicht gedacht in dieser Gegend. Was auch immer gedacht, oder? Also wo wir Vorstellungen gehabt haben, sind es wirklich über den Haufen gerührt worden. Also überrascht worden sind wir von der Kälte im Süden. Wir sind noch nicht so viel im Süden gewesen und haben gedacht, es sei wärmer. Also das ist sicher auch eine Überraschung. Also im Süden, wo? Im Griechenland. Dort hat es nochmal geschneit. Haben wir nicht erwartet eigentlich. Die Türkei hat es auch nochmal geschneit. Genau. Und habt ihr dann auch Zeit für euch allein zum ersten Mal gehabt. Also jedes für sich meine ich jetzt als Individuum. Das hat man immer wieder. Oder passiert das beim Laufen? Das passiert beim Laufen. Man hat sehr viel Zeit, man spricht ja nicht immer. Und das ist ja schön, man kann sprechen, aber man muss auch nicht. Darum ist das Laufen so etwas Gesundes, so etwas Gutes. Dass man immer wieder die eigenen Gedanken hat. zu viel Zeit, miteinander zu reden, zu viel Zeit, mit Gott zu reden, zu viel Zeit, einfach zu sein, das Umfeld zu wahrnehmen. Weil man einfach voraussi in der Natur ist und vorwärtsläuft. Da hat man einfach Zeit. In der biblischen Geschichte, gerade im Neuen Testament, wird ja sehr viel gelaufen auch. Paulus war permanent auf Reisen und bei Jesus auch. Ich habe mal neu mitgelesen, er sei so 20 bis 30 Kilometer im Schnitt gelaufen. Also das sind Ihre guten Gesellschaft. Da haben Sie solche Vorbilder zum Beispiel auch bei dem, was Sie gemacht haben. Wir haben uns überlegt, wieso hat Paulus und wieso hat Jesus kein Kamel oder einen Esel oder ein Zeltstatt, den er vorausschickt hat. Und ich glaube, es ist ein bisschen das, dass da exemplarisch, wie es vorgelebt wird, dass der himmlische Vater für uns sorgt tagtäglich und dass sie das zeigen wollten. Und wir haben dann gemerkt, wie Leute, die uns in Reisen beobachtet haben, das auf einmal gemerkt haben, also die können auf Gott vertrauen und Gott sorgt für sie, dann kann ich das in meinem Alltag ja ganz auch. Und dass das so ein bisschen übergekommen ist und das ist dann auch unsere Erfahrung und unser Erleben gewesen. Wo sind ihr am meisten auf Gott angewiesen gewesen in einer bestimmten Situation? Oder sind das so kleine Sachen? Es sind kleine Sachen, es war tagtäglich, wo man eigentlich auf Gott angewiesen war. Es ist aber auch ein inneres Wachsen oder ganzes bewusstes Leben, mit dem Gott hilft in meinem Alltag. Er sorgt für mich. Zu Hause waren wir unterwegs, dann ging das Wasser rausgegangen. Die Anna-Marie hatte kein Wasser mehr gehabt, wir hatten einfach kein Wasser mehr gehabt, wir haben gedacht, das könnten wir dann noch bei einer Tankstelle auffüllen. Das ging nicht, weil die war schon verlottert, geschlossen. Wir laufen ein paar Meter und plötzlich sagt sie, hey, Wasserflasche, und da steht eine Wasserflasche aufrecht am Strassenrand, sauber wie aus dem Laden. Ich war skeptisch, ich dachte, ja, muss man aufpassen, schauen, ob der Verschluss richtig zu ist, und der war zu und so hatten wir dann Wasser. Das sind besondere Momente, die man immer gehabt hat. Habt ihr in dieser Zeit Kontakt zu Freunden, Bekannten, Verwandten, oder ist auch das sozusagen für die Zeit wie so auf die Seite getan worden? Nein, in der heutigen Zeit hat man natürlich schnell Kontakt mit Internet. Also ihr war ausgerüstet mit Internetmöglichkeiten? Genau. Überall? Und es ist auch interessant, dass wir von zu Hause immer wieder Tipps bekommen, nehmen mit diesen Kontakt auf, gehen dorthin und dazu hat sich auch eins und das andere ergab. Wenn man so unterwegs ist, könnte ich mir vorstellen, je nach Gegend und Leuten, die man dann antrifft, dass man vielleicht das Gefühl hat, da wäre es jetzt auch schön, eine Woche zu bleiben. Habt ihr das nie gehabt? Mal. Das erste Mal in Luzern hatte es einen wunderschönen Sandstrand. Wir wären sehr gerne da, weil wir sind noch ein bisschen mühe gewesen von vorher, vom Hausrahmen. Aber da hat er gesagt, und er hat zu Recht gesagt, wir müssen weiter, weil wir müssen über die Berge kommen, bevor es schneit. Es gab es immer wieder so Momente. Wir haben festgestellt, es gibt keinen Ort, wo alles stimmt. Und so ist es ja auch in unserem Leben immer wieder. Es stimmt nie ganz immer alles. Aber man kann sich darauf konzentrieren, auf das, was fehlt, oder man kann sich an dem Freuen, was man hat und aus dem das Beste machen. Hat nie jemand von euch einzeln gesagt, ich würde jetzt gerne nach Hause? Abbrechen, frühzeitig? Ich glaube, das ist das Geheimnis, dass wir eben vorher gebetet haben, in diesem Monat, dass wir beide einfach gewusst haben, nein, es ist richtig. Und wenn etwas richtig ist, dann überlebt man das gar nicht. Wenn man einfach überzogen ist, das ist jetzt der Weg, dann kommt so ein Gedanke gar nicht. Und es gab Leute, die für unsere Ehe gebetet haben. Und das haben wir natürlich auch gemerkt. Das ist enorm, was man da erleben kann, was Gebete bewirken. Das ist enorm. Warum haben sie speziell für eure Ehe gebetet? Weil das ist offensichtlich, dass das ein Faktor sein, der schwierig könnte werden, wenn man so lange so nahe aufeinander ist. Und das haben die einen und die Leute haben das gemerkt, dann sind sich das bewusst gewesen und wir uns auch. Und dann einfach zu erleben, wie das geht. Das ist ein riesiges Geschenk. Zwei Stationen von unserem Pilgergespräch haben wir jetzt hinter uns. Es gibt noch eine dritte Station und mit euch möchte ich dorthin gehen. Das ist ein Ort, wo man eigentlich gar nicht so vermutet und vielleicht weiss, dass es das gibt auf dem Gotthardpass, aber das ist die Kapelle. Dorthin möchte ich euch entführen. Kannst du es noch lange probieren? Ich kann es noch wieder einmal. Hans-Peter und Annemarie ist die dritte Station von unserem Mini-Pilgerweg, den wir hier machen. Jetzt sind wir in der Kapelle. Leset ihr heute die Bibel anders als vor der Reise? Auf jeden Fall. Wir haben ja vor Ort immer die Bibel gelesen. Das verknüpfen wir heute mit Bildern, mit Emotionen. Und das spricht uns schon anders an. Wir haben auch ein anderes Zeitgefühl bekommen für die Distanzen, die Paulus so zurückgelegt hat. Das prägt auf jeden Fall. Mir ist schon in den Sinn gekommen, Maria und Josef sind zu der Weihnachtszeit auch unterwegs gewesen. Und wir sind jetzt Maria und Josef, wir sind andere Leute, aber wir sind auch unterwegs gewesen an der Weihnachtszeit. Was haben ihr denn dort so für Erfahrungen gemacht? Interessant war, dass wir zuerst gesagt haben, wir wollen Weihnachten feiern, wir wollen die Lokalbevölkerung machen. Wir haben in Mazedonien gefragt, wenn sie Weihnachten feiern. Und sie haben uns sieben, achten Januar, wie die russische orthodoxe Kirche, wie auch die meisten Christen im Nahen Osten. Und dann haben wir gefunden, gut, dann machen wir das auch so, wie sie das machen. Haben uns dann auf den Weg gemacht, sind nach Griechenland gekommen. Und nach zwei Tagen haben wir gemerkt, dass Zeitumstellung stattgefunden hat und wir gar noch nicht gemerkt haben. Und dass auch sie Weihnachten wieder am Westen orientiert feiern. und wir haben dann aber gesehen, wir bleiben dabei, wir laufen am Weihnachtstag. Und so sind wir dann am Weihnachtstag gelaufen, wie Maria und Josef und sind an einer Dankstelle gekommen. Und dort habe ich gesagt, ich möchte schnell die Bluse wechseln, weil wenn man den Rucksack hat, ist man immer wieder verschwitzt und dann wechselt man die Bluse. Und dann hat die Frau aber geschaut und hat uns nachher ein Gebäck, ein typisches Weihnachtsgebäck, angeboten. Und dann haben wir natürlich gerne Danke gesagt, haben das genossen mit ihr. Und dann hat sie gesagt, sie haben jedes Jahr einen Gast vom Ausland, der mit ihnen Weihnachten feiert. Und wir haben gesehen, dass der nicht gekommen ist, aber wir haben die Rucksäcke wieder angelegt und sind weitergelaufen. Und ein paar hundert Meter später kommt das Auto, das war ihr Sohn, der gesagt hat, ja, der Pakistani, der heute kommen soll, ist jetzt wirklich nicht gekommen. Und die Mutter hat mich geschickt, ihr sollt jetzt mit uns Weihnachtsessen, Weihnachten feiern, zum Weihnachtsessen kommen. Und dann sind wir eingestiegen und sind wieder zurückgefahren und sind so zu einem wunderbaren Weihnachtsessen gekommen. Gibt es Aspekte der Weihnachtsgeschichte, die euch gerade durch die anderen Umgebung näher gekommen sind? Was einem sicher auffällt, eben, wenn man verschiedene Traditionen kennengelernt, dass wir so unser Bild haben von Weihnachten. Weil man auch merkt, im Nahen Osten ist vieles anders abgelaufen. Vielleicht auch die Weihnachtsgeschichte in einer ganz neuen Perspektive manchmal anzuschauen. Was ist da anders gelaufen möglicherweise? Ja, wir haben so unsere Vorstellungen von Herbergen und Gasthäusern. Es war aber so damals, dass man eben eigentlich von Familien aufgenommen worden ist oder bei Verwandten gewesen ist. Vielleicht ist das auch ein bisschen anders vor sich gegangen. Das macht es eigentlich interessant, die Weihnachtsgeschichte mal aus einer neuen Perspektive anzuschauen. Und wenn man dann schwanger ist und unterwegs, ist auch schwanger, wie sie das war, stelle ich mir auch vor. Es kommt so eine Geschichte auch ein bisschen näher, oder? Die Beschwerlichkeit auch von so Reisen. Wir lesen das heute so locker, ja, dann ist es von dort nach dort gegangen. Ist das auch ein Punkt, wo ihr sagt, ja, wir müssen vielleicht auch die Kultur noch mehr einbeziehen in unser Bibellesen? Auf jeden Fall, das habe ich eigentlich, dadurch, dass ich in den letzten zehn Jahren viel in Israel war, habe ich das jüdische Denken auch kennengelernt, die Hintergründe mehr kennengelernt. Und ich merke, dass Jesus der jüdische Messias ist, als solchen auch gekommen ist, dass wir noch viel mehr mit einbeziehen in unser Denken und in unser Bibellesen und von dieser Kultur her schauen. Und Weihnachten ist der Punkt, wo Jesus da auf die Erde kommt, damit in ihm uns Gott begegnet, als der Friedenfürst. Und spannend ist, die Geschichte mit den Wasserflaschen hat sich gerade in Pelé ereignet, gerade ein paar Kilometer vor dem Ort, wo der Alexander der Große geboren wurde, ein grosser König damals. Aber wir dort erleben, dass der himmlische König für uns sorgt, ganz persönlich. Das sind schon ganz spezielle Momente, die einen prägen. Was mich jetzt gleich noch interessieren, wir haben über die Reise gesprochen und irgendwann geht die Tausende von Kilometern, die wir hier zurückgelegt haben, irgendwann ist die Reise zu Ende. Und Jerusalem habt ihr als Ziel gewählt. Das ist eine Stadt, wo wir nicht mehr darüber reden müssen, über die riesige historische Bedeutung, die sie hat. Wie ist das gewesen, einfach dort reinzulaufen, dann? Die Reise ist zu Ende. Das war ein sehr besonderer Moment. Für mich auch eine grosse Dankbarkeit für all das, was ich oder wir auf dieser Reise erlebt haben, aber auch für das, was Gott getan hat, indem er Jesus auf die Erde geschickt hat. Und auch für das, dass Jesus Ja gesagt hat zu diesem Weg und so viel Aufsicht auch in dieser Stadt gelitten hat für uns, aber auch die Verstehung, die Freude in dieser Stadt, dass er verstanden ist und lebt. Wir haben ja auch nicht aufgehört, unsere Reise in der Stadt selber, sondern auf dem Ölberg. Den haben wir ausgelesen, weil das der Ort war, wo Jesus mit seinen Jüngern das letzte Mal zusammen war. Und mich fasziniert auch, wie Jesus seine Jünger einfach so eingeladen hat, einen Weg mit ihm zu gehen und sie mit ihm dann immer näher gekommen sind und ihn immer mehr verstanden hat. Ich verstehe das auch heute so, Jesus lässt uns heute mit ihm auf den Weg zu gehen, unterwegs zu sein, ihn kennenzulernen und ihn so besser kennenzulernen. Und am Schluss konnten die Jünger begeistert von Jesus sein, überzogen sein, weil sie ihn erlebt haben, unterwegs. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Zu Fuss als Ehepaar nach Jerusalem, zehn sonnige Bücher von Hans-Peter und Anne-Marie Obrist gesponsert vom Verein Obrist Impulse werden wir auch verlassen. Zehn sonnige Bücher schreiben Sie uns einfach bis nächsten Donnerstag an die eingeblendete Adresse. Ich möchte natürlich auch in Erinnerung rufen, dass wir das Thema noch weiter vertiefen über Radio Live Channel am Montagabend am 8. Am nächsten Wochenende ist das Thema beschenkt bei der Aline Baumann und wir sehen uns wenn Sie wollen wieder mit dem Thema ein Leben voller Neuanfänge in 14 Tagen. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.